Hallo Leute, ich bin hier heute mal mit der Audrey Waterbrook unterwegs. Wir reiten zusammen aus und wie ihr sehen könnt, haben wir beide einen Mustang. Also ich habe hier heute wieder Fox gesattelt, also nicht den Firefox, sondern Foxfire. Letztes Mal hatte ich irgendwie einen Namensdreher drin. Und unsere Audrey ist jetzt aus Coco Solo. Na, gegen die Laterne wollen wir nicht reiten. Also wie lange ich SSO schon spiele? Aktiv seit Oktober. Aber der Account besteht schon seit 2000, was war es? Ich glaube 13. Also ist doch schon ein bisschen älter. Also 4 Jahre ist der Account jetzt mittlerweile. Ich glaube. Ich glaube. Wow, nicht in mich einreiten. Oh, da ist noch eine Paulina. Ich lade die Paulina mal in eine Gruppe ein. Vielleicht will sie mitreiten. Und dann haben wir hier noch eine Paulina mit dabei. Wow, jetzt sind wir da immer runtergefallen. So, also die Paulina schließt sich uns mit an. Na, da wird ihr Vollblut wohl gerade nicht so, wie sie. die ich es gerne hätte. Also ich spiele ja jeden Tag, weil ich nehm ja auch immer wieder etwas für euch auf. Also ich spiele ja jeden Tag. Also ich spiele ja jeden Tag. Also ich spiele ja jeden Tag. Okay, dann lade ich das hoch. Also ich spiele ja jeden Tag. Naja, also man kann sich ja immer einen Kanal erstellen. Ich spiele ja jeden Tag. Ich spiele ja jeden Tag. Ich spiele ja jeden Tag. Achja, aber Arbeit geht ja vor. Ich spiele ja jeden Tag. Ich bin nicht in der Schule. Ich bin berufstätig. Und ich bin eine Rezeptionistin. Oh, unsere Paulina ist schon in der fünften Klasse. Das ist aber süß. So, jetzt endet bald unser Ausritt. So, also unsere Paulina Softsong ist schon in der fünften Klasse. Und Audrey's Warteburg ist auch schon berufstätig. Sehr interessant ist das mal wieder, was man hier über seine Mitspieler erfährt. Auf jeden Fall, der Ausritt hat hier sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt würde ich sagen, machen wir gleich noch ein Abschlussbild. So, Paulina noch an die Seite von Audrey oder mir für Abschlussbild. So, jetzt geht's. So, jetzt brauchen wir noch den Kopf von ihr an der Seite. So, dann haben wir ein Abschlussbild. So, das Bild haben wir. Und dann schneide ich jetzt ein bisschen am Video und dann lade ich das hoch. Also, bis später.